Im Moment ist ja Wagner wieder in aller Munde mit tollen Thesen, Polen hätte Angst, andere sehen die im Niger gegen die Franzosen, wenn die eingreifen und so Sachen, wie schätzen sie ein, wie es mit Wagner, wie Wagner weiter eingesetzt wird? Wagner wird, ich habe jetzt, gibt es so Theorien, ich habe die nicht so ganz verstanden und den Sinn dahinter, also wir haben aus Belarus eine neue Aussage zu Wagner, die habe ich nicht in Lagerbericht mit aufgenommen, weil die mir ein bisschen zu konfus war. Und zwar Lukaschenko hat irgendwie angedeutet, dass er Wagner als Basis für Vertragssoldaten nehmen will. Ich habe daraus nicht verstanden, meint er, er will jetzt eine eigene Söldnerorganisation aufbauen oder soll Wagner die Basis einer professionellen belarussischen Armee werden, die Kontragniki hat, also klassische Vertragssoldaten. Ich habe erst mal nicht verstanden, was er damit meint und wenn wir uns die weißrussischen Streitkräfte anschauen, dann haben wir es mit, ich glaube, sechs Brigaden zu tun und die fußen alle auf Wehrpflichtigen. Da passen die Wagner-Leute einfach nicht als plötzliche Kontragniki hinein und warum würde man dann russische Staatsbürger nehmen und so weiter. Ich würde erwarten, dass Wagner in Belarus noch eine Weile bleibt, denn gerade kann Lukaschenko sie ja auch als Faustpfand gegen Moskau benutzen, gegen Putin. Und ansonsten würde ich erwarten, dass sich Wagner erheblich in Afrika ausbreitet. Ich habe den letzten Livestream mir nicht darauf eingegangen, wo ich gesagt habe, ich halte es für möglich, dass Prigocin heute gefährlicher ist als vorher. Nicht für die Ukraine und ich will jetzt keinem Ukrainer zu nahe treten, die Wagner-Leute haben Bachmut erobert, sie haben tausende getötet, die waren nicht zu, also die sollen nicht irgendwie kleingeredet werden. Aber es scheint fast so, der Andruck wird gerade erweckt, als ob wir in Afrika eine Nation zurückkehrt zu Methoden des Kalten Krieges und ihr Gegenpart es nicht tut. Und wenn Wagner jetzt ankommt, und das würde ich erwarten, Wagner wird seine Aufgaben in Afrika weiter durchführen, aber zusätzlich werden sie agieren, als ob sie der KGB wären aus den 60er Jahren. Das würde ich erwarten. Denn jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind oberst irgendeines afrikanischen Regimes einer Kleptokratie. Sie sind nicht überglücklich mit dem Präsidenten. Und jetzt kommt der Wagner-Beamte, der Wagner-Mann und sagt ihnen, warum machst du nicht einen Putsch? Wir unterstützen dich dabei, wir geben dir Informationen, wir geben dir Waffen, wir geben dir Geld. Und anschließend, wenn du erfolgreich dabei bist, unterstützt dich die russische Regierung dabei, deine Macht zu konsolidieren. Wenn du irgendwelche Aufstände hast, schicken wir dir Experten, die dir dabei helfen. Denn Wagner war ja unter anderem wohl in Venezuela bei der Niederschlagung der Aufstände über die Gaido-Geschichte beteiligt. Schicken wir dir dabei Leute und dann bist du der große Boss. Und dann setze ich mich hin als Obrist und sage, ich kann jetzt meine zweieinhalbtausend Dollar Gehalte im Monat einschieben und bin einer unter vielen. Oder mit Wagners Hilfe bin ich in drei Monaten der Präsident meines Landes, so wie dieser Typ aus Niger, der jetzt mit 34 Jahren Präsident ist, der jüngste Präsident Afrikas. Ich kann mir die Taschen füllen, jedes Jahr 50, 100 Millionen stehlen und bin der große Boss. Was mache ich dann wohl? Gerade wenn ich in einem Land bin, was keine gefestigten demokratischen Strukturen hat und ich vielleicht moralisch etwas flexibler bin. Was mache ich dann wohl? Also ich mache den Putsch, damit ich der große Häuptling werde. Und wenn eine Seite solche Methoden verwendet, die andere aber nicht, wenn jetzt nicht die CIA hingeht und mit den Offizieren aus Niger spricht und sagt, wenn ihr einen Gegenputsch macht, dann überweisen wir euch 50 Millionen. Wenn die das nicht machen, dann kann das sehr, sehr schnell sehr unschön werden. Und für Russland ist das eine goldene Gelegenheit. Sie können dem Westen richtig Probleme bereiten. Sie können die französische Position in Westafrika zerstören. Möglicherweise haben wir hier bald neue Lageberichte über einen großen Krieg in Westafrika. Denn einige von ihnen werden es mitbekommen haben. ECOWAS hat angekündigt, hat die Regierung, die Putschregierung in Niger aufgefordert, den Präsidenten wieder einzusetzen. Die ECOWAS ist die ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Moment, ich suche es hier mal schnell. Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich suche es hier mal schnell raus. Die haben, die haben erklärt, dass Niger den Präsidenten wieder einsetzen muss, sonst werden sie militärisch eingreifen. Das sind diese Nationen. Und der Punkt ist nur, die nigerianische, die Niger-Regierung hat inzwischen von Mali und von Burkina Faso, die beide ebenfalls Putsch-Regierungen haben, militärische Unterstützung zugesagt bekommen. Denn logischerweise, wenn jetzt plötzlich Putsch-Regierungen gewaltsam beseitigt werden, dann sagt sich die Regierung von Niger und die von Burkina Faso, ich will nicht meine Pründe verlieren. Ich fühle mir gerade richtig gut die Taschen und bin gerade richtig gut der große Boss hier. Das will ich nicht verlieren. Also haben die angekündigt, wenn ECOWAS Niger angreift, um die abzusetzen, werden sie militärisch eingreifen. Das heißt, wir haben gerade ECOWAS gegen Burkina Faso, Mali und Niger. Und alle drei haben jeweils 20 Millionen Einwohner, also im Ganzen 60 Millionen. Da müssen Sie sich vorstellen, das sind viel jüngere Bevölkerung. Das heißt, die haben durchaus ein Wehrpotenzial von theoretisch zwei Millionen Mann, die sie ausheben könnten. Das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Das kann ein richtig großer Krieg in Westafrika werden. Und wie kommt der zustande? Der kommt zustande, weil eine Putschregierung den Präsidenten beseitigt hat, der pro-westlich war. Und Niger hat gegen Russland gestimmt in der UN-Vollversammlung. Niger war einer der Staaten des sogenannten globalen Südens, der sich zumindest in Abstimmung an Seiten des Westens gestellt hat. Das heißt, ob nun Wagner oder der FSB oder der SVR damit zu tun hatte, dass das Militär in Niger geputscht hat. Das ist mir bislang nicht bekannt. Aber es liegt zumindest nahe. Und dort würde ich Wagners große Einsätze erwarten im Training von Milizen dort, im Training von Truppen, in der Beeinflussung von Militärs, von Auslösen von Putschen. Das kann sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden und für Russland unheimlich vorteilhaft. Es schafft sich damit loyale Regierung. Russland ist es egal, ob die Menschenrechte mit Füßen treten oder nicht. Wenn die irgendwie einen rivalisierenden Stamm abmetzeln, dann ist das halt so. Solange die Regierung weiter loyal bleibt, Waffen kauft und Rohstoffe liefert und verkauft und man damit gut verdienen kann. Und einen international unterstützt ist als in Butter. Und das ist eine brandgefährliche Geschichte. Und dort würde ich erwarten, denn auch aus Sicht dessen, was Wagner kann, was Wagner an Potenzial hat, ist das wahrscheinlich jetzt die beste Nutzung über den Ukraine-Krieg hinaus. Wahrscheinlich sogar besser, als sie in Bachmut zu verheizen, für sowas zu nutzen. Wenn man sich vorstellt, dass die Russen damit drei bis fünf weitere Nationen vielleicht in den nächsten anderthalb Jahren drehen können durch Militärputsche. Das wird eine verdammt unangenehme Geschichte. So würde ich Wagners Einsätze künftig erwarten. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.